Ziele erfasst! Wir haben sie böse erwischt! Wirkungstreffer! Nein! Fast! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Der ging voll durch ihre Panzerung! Oh nein! Los hier! AT8! Wie sind da hinter mir kaputtgegangen? Der ARL... ...44? Wie sind da kaputtgekommen? Der Verdauung... Oh, guck! Na da! Ich hab nämlich gerade mal ne Umhälung, das noch dauern könnte! Oh, komm, wird das auch nicht mehr fertig! Oh, brauchen wir noch 1000 auf die Kette! Na gut, 1000! Über 1000! Oh, komm! Ich geh' das Kabel irgendwo! Oh, schon wieder Stufe 9! Huh? Huh? Das ist's für ein Objekt! Objekt 432? 2? Okay... Und was ist das Ding! Aber ja, ich hab' ich zu so viel in der Kette schon was... Na ja, ich hab' ich auf der Seite zu helfen... Den erst mal durchlassen. Oh, fast gegen die Felsen geworden. Was, wir haben schon einen verloren. Okay, was ist denn alles? Oh, dann fahre ich mal weiter. Schlechteste Stelle habe ich mir natürlich wieder Auszug. Blöden. Oh, ich bin da. Na, jetzt wissen Sie sowieso, dass ich da bin. Oh, ist da keiner? Da ist doch bestimmt einer. Das wäre mal ein Wunder. Ähm, nicht. Und was sind denn Ihre mittleren Wunze? Sie haben das was für uns. Raus hier! Da kämpft der. Das sieht wieder komisch aus. Das ist wirklich komisch aus. Das ist doch ein Turm hinten. Der Panzer. Okay, das ist auch ein Objekt 430. Naja, ja. Ähm, ich nehme den jetzt schon. Ähm. Ah, eins meiner. Nur mit, was für ein Bonze. Churchill nochmal. Oder mal was unteres. Ah, dem Matilda Blattens. Ähm. Oh, den Koffer 1 ist. Oh, die Katano. Da brauche ich gar nicht Lust zu fahren. So langsam wie ich bin. Ne, da fahre ich nicht hin. Dann brauche ich ja schon die, äh, mindestens 10 Minuten, bis ich dort bin. Na gut, vielleicht 5. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr lang. Und bleibe ich in der Pause stehen. Los geht's! Oh, ne, da. Na gut. Äh, meiner. ...fahrzeug ausgeschaltet. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. Das muss wehtun. Oh. Warte, wie ist schießen? Da geht der schießwein. Recht durch. Wir haben sie böse erwischt. Okay. Böse erwischt, aber keinen Schaden mehr. Oh, kaputt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das ist auf jeden Fall. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der schießt, putt hier. Jetzt haben wir da einen aufgeklärt. Von wem überhaupt? Von der Helker? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh. Muss ich aufpassen, wo ich hübsch ist. Ups. Dann fährt er gleich wieder zurück. Ups. Zu früh geschossen. Wir können nicht mal treffen. Wo fährt denn wir überhaupt hin? Ah. Das ist doch ein Ziel. Naja. Den treffe ich. Bleibt so stehen. Der ging nicht durch. Das ist wie zu schießen. Oh, zu langsam. Und ich treff nicht. Ups. Da hinten ist auch einer. Ich würde durchschießen können. Oh, macht der KV-1 schon. Es ist doch riskant da hinten von... Oh, wir sind zu weit weg. Ich ziehe den dort vielleicht. Kette beschädigt. Kette beschädigt. Darkpanzer? Da mach ja irgendwie noch nichts hin. Das sehe ich dir nicht. Ach, da ist der da. Hinde. Hinde. Das ist ja ausgefallen. Wir feuern blind. Was fährt denn mir auch in einen Schuss? Nein, falsche Toste. Die wollte ich. Oh, es fährt denn mir die Art. Zwei hoch in einen Schuss. Habe ich da überhaupt einen Schadenhümer? Ich bin zu langsam, dass ich da hinten vor... Ah, der ist kaputt. Ähm. Mal versuchen es nicht. Döller. Zu wechseln, aber nicht zu langsam. Viel zu langsam. Hier ist ein offenes Feld. Keine Deckung. Gut. Geinet 255-ferus. ils велios 983-ferum. Geinet 255-ferum. Vorher. Wie die Hellkarte die ganze Zeit auf einem steht? Noch keiner... Noch keinen einzigen Kratzer! Was ist denn das? Das ist doch ein bisschen nix! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Was ist denn zurückgekriegt jetzt? Oh ist außer Reichweite! Was ist denn das? Also ist der Weg zu? Wofür? 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 Oh, ich habe ja nur noch drei Schüsse und auch fünf Premium. Ja, bleibse. Ja, halt mit Premium-Versuchung. Na komm, Treff. M4? Wie? Von wo? Super, jetzt muss ich mit meinem langsamen Panzer überfahren und aufklären. Und die AT2 ist auch nicht schneller. 2 Schuss, nochmal 4 Premium. Oh, ist das hier Ofen? Gar kein Zeug. Ja, das ist nur der Deckel. Was schreibt du? Na zu langsam Die Runden ging jetzt ein bisschen länger Was? Wird das blisse so viel Erfahrung? Prämium Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal